Wir arbeiten gerade an einer Kette von Pflegekrankenhäusern in Österreich und versuchen, diese Pflegekrankenhäuser, wo du dann schon ziemlich krank bist, wenn du dort landest, so umzugestalten, dass die Häuser ein bisschen noch Privatheit haben. Also wir schaffen Cocons, wo man sich hineinflüchten kann, im Garten, auf der Terrasse, wo du auch einmal alleine sitzen kannst und ein Buch lesen kannst, wo du dich verstecken kannst. Auch die großen Speisesäle versuchen wir durch sogenannte halboffene Trennwände zu strukturieren, sodass du zwar trotzdem noch alles sehen kannst, aber durch die durchbrochenen Gitter gewissermaßen, du doch kleine Segmente bekommst und damit ein bisschen mehr Intimität auch bekommst.